ist es drin ich merke nix ob das drin ist ich merke immer noch nix so da ist er da bist alt umhebelst will aber wo ist er ich merke nix netto ich muss noch was umstellen entschuldigt entschuldigt mich viele folgen nicht so ich wäre so weit und soll man was ja okay die brachfelder so ich glaube ich habe ich habe wirklich nur der standard also hier waren wir noch nicht können das ist neu das neue stream ist jetzt auch an ich habe jetzt neue neue bombe ich habe eine neue bombe gekauft ich habe schon gedacht du willst auf die ketchup karten nenne bombe ach könnt ihr euch noch immer das spiel oder schwierigkeiten ja gab es wenn normal wenn ich glaube du kriegst doch wieder neue freigeschalten wenn es durch also diablo ich sage muss so die hardcore fans die spielen dass wir auch in alle möglichen konstellationen und so ich werde das acht bestimmt mehr als immer spiele wollen ja dann halt noch mal was ausprobieren geht zum kopf ist so ein scheiß scheiß im kreis was ich schreibe ist scheißen auch erst immer so schnell tschuldigung langsam warte 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 in der achterbahn kostet neu um die 30 euro ist das echtes Nilpferd ja ja mit rechter achterbahn das macht geil also braucht man ein eigenes regal ja wenn ins reicht ja wenns von niki her geht immer das reicht jetzt auf dem flohmarkt für 3 euro kreis das ist gut wobei es auch für das neue Nilpferd die regelbissig ändert hin und jeder sagt es wird scheiße das alte wäre besser also ich kann es nicht beurteilen ich habe bis früher nicht gespielt aber der Rentner hat dann irgendwann gesagt da gab es doch diese Fernsehwerbung und äh da habe ich mich dann auch wieder drüber erinnert ja ja und spiel des lebens kam immer Werbung ne wie bekloppt ja 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 jahrelang da kann ich mich auch noch dran erinnern aber ich habe das nicht gespielt ich habe gar keine ahnung wie das geht ja wäre eigentlich auch noch was so kannst du im spiel des lebens sieger sein servus zendras ja genau so war das das hätten sie gesagt halt wartet mal so kannst du im spiel des lebens lass mal runter geh also die anwender du das spiel des lebens haben möchtest ich glaube meine mutter oder ich hab das noch irgendwo rum fliegen muss mal gucken und deine mutter? ja meine mutter die dich kai entnimmt ich musste Cola drüber schütten und dann ist es spiel des lebens versuch ich mich bang hallo nobi die karte ab ab lecken wenn auch immer rift freigeschalten ja das haben wir festgestellt aber noch hier ja doch jetzt glaube ich regulär weiter hallo herr hallo herr mendl sag ich mal in etwa was du willst brett spiele mal ja so hast du die reise selbst das haben wir hier die brettspielreihe genannt na jo da haben wir schon das wollten wir eigentlich schon jahrelang machen wie ich vorher wie wir es dann nicht gemacht haben boah ich muss also mal gucken was wir da hm 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 gibts da hinten noch was oder nicht ich hab jetzt halt komplett gekehrt kleines Eck ja hier oben ich guck mal ob du noch was das problem ist halt guck mal da gibt es auch noch einen ganzen weg hier so wie es aussieht aber ich geh mal kurz hier runter ich will halt ich will halt immer so gut wie möglich alles aufdecken wegen deiner scheiß äh steh whatn devotion punkt kriegst du ja gut du brauchst auch die xp ja so die sieht man eigentlich ganz gut auf der map ja da ohnehin war klar was leer gelöst gehabt könnte man einfach machen wo aber nur so einen kleinen punkt da ja und zwei punkte eigentlich rechts und links wenn man die map ganz raus fahren ja 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 ach so ganz ohne ähm schon verringt ja links und rechts bist du verringt und hast schon gerannt ich bin hinter euch gell so ist nicht so ist nicht bin vorgerannt wenn schon denn bei verrückt dieser argschlage losgerannt warten wir auf steffen ich bin da ja zeichen des scheißenden ach ist cool oh mein gott das ist ein zeichen des scheißenden das zeichen des scheißenden ab und ohne das ist wie das ein stern das ist das dorf da war der stern vorhin auch schon ah hä kann man vielleicht was erfüllen mhm 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 nja o nein 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 der hey, ich hab ... Ich hab jetzt schon mehrfach gelesen, wegen dem 3D-Sign von Sonic, dass das theoretisch nur Marketing-Instrument war, dass sie das erstmal so gemacht haben, dass sie dann so scheiße aussehen lassen und dann hat sich jeder aufgeregt und das ging dann richtig durch die Runde. Ja, 100 pro ist das ein Marketing-Gag, die können doch nicht innerhalb von 2-3 Monaten den komplette Film-Redesignen, das kann mir keiner erzählen, nie im Leben. Den Trailer gemacht, den scheiße aussehen lassen, dass sich jeder aufregt und jetzt machen sie es richtig. Ah ja, es gibt keine schlechte PR und die stehen dann doof wie die Helde, weil der Film wahrscheinlich Dreck ist, aber dann sagt jeder, die hätten das aber extra gemacht, den müssen wir uns angucken, das ist doch mein Sonic. Todeswache. Was ist denn mit Denner, warum kann man die nicht umbringen? Die sind so tot. Wartet mal kurz, ich muss den Chat lesen. Nobi hat Probleme, das tut mir leid. Der Herr Mendel ist nur kurz da, der wollte sich bedanken für die Capture Card. Die Skip-Back-Funktion ist das die Split-Funktion. Das weiß ich nicht, Herr Mendel, das müssten wir mal nachlesen, was das ist. Die Skip-Back-Funktion. Gucke ich nachher mal. Schreib es mal ins Discord, dass ich es nicht vergesse. Und Senras hat geschrieben, it's a Flammenwerfer, it werfs Flammen. So, jetzt können wir zum Stand gehen. Lauter bescheuert Leute. Und die Panzer-Faust? Panzert-Fauscht. Ja, it Panzers-Fauscht. It Panzers-Fauscht. It Panzers-Fauscht. Ja, und jetzt? Ich darf nicht. Ja, ich bin nicht drin, danke. Ja, wieso nicht? Ja, ich kam nicht rein. Warum? Warte mal, komm mal wieder raus. Warum? Also, wir können rein und raus. Dein Ruf bei was? Jetzt? Ne, erlaubt hier keinen Zutritt. Du hast einen zu schlechten Ruf für die. Ah, wie krieg ich jetzt einen besseren Ruf? Wann hab ich keine genauso gute wie ihr? Keine Ahnung. Portal kann ich... Ich kann kein Portal machen, oder? Was muss ich jetzt so machen? Äh, vielleicht noch ein paar Quests draußen. Geh mal nochmal raus. Merken wir uns das für später. Mach mal ein paar Quests und dann... Ja, wir haben doch zusammen Quests gemacht oder nicht? Ah jo. Wir haben es ja auch nicht ohne dich gespielt oder sowas. Doch. Ganz oft. Alles klar, Herr Mendel. Viel Spaß, gell? Ja, wir schaffen. Bis die Tage. Danke. Was soll ich denn machen? Quests machen. Ja, wir machen Quests und dann kannst du wieder neu. Wenn der Ruf passt. Wäscht du noch, bei wem der Ruf war? Ich? Nee, der Raven King. Das stand ja bei ihm. Sind das nicht so Todes-Wachen, Todes-Zeug? Warte mal, hier geht's noch hoch. Hier ist irgendwie ein bisschen versteckt was gewesen, hier. Mhm. Weiß nicht, ob du was... Ja, stand los, dass es nicht geht. Gleich muss ich noch... Streikt mein Ruf ab mit der Gegner? Nee. Doch. Mit Heldemonstern und sowas. Achso, ja, Helde. Das sind Todes-Wachen hier. Hast du da einen guten Ruf? Wo kann man das gucken? Weiß schon. Kekse sind breit. Oh, geil. Statistik. Äh, kann man die Qualität einstellen bei mir? Beim Stream? Oder ist das im Moment aus? Weil dann geh ich mit der Bitrate bis hier runter. Jupp, kann man einstellen. Okay, gut. Super. Weil ich hab's jetzt grad sogar auf 6000 laufen. Mal zum Testen. Hm. Vielleicht wenn man denen hilft. Ich hab keinen Plan. Ach, lass einfach hier außen rumlaufen. Wenn's mehr geht. Ist noch eins. Ne. Doch. Das ist jetzt krackig. Aber wenn jemand ne Quest abgibt, dann kriegt der andere, ach, das alles. Ah jo. Warte mal, ich guck mal grad, wo man den Ruf gucken kann. Der Ruf, der Ruf, der Ruf ist im Eimer. Ah, wo war denn das? Kodex? Ganz links. Drücke mal, äh, ganz links, unter neben dem Schlüssel. J, J. Das Fraktionsfenster. J, 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 J. Hä? Homestead hab ich freundlich mit 1446. Und Orten der Todeswache hab ich freundlich. Ja, da ist aber kein Balken drin, ne? Ne, bei mir auch nicht. Ne, bei mir auch nicht. Das ist komisch. Untote, unätherische ist bei mir verachtet. Ja. Und Cotonier ist feindselig. Was, ich hab, was hast du vorhin gesagt? Ich hab die schwarze Religion und was habt ihr noch gesagt? Orten der Todeswache haben mir freundlich. Ich hab da überhaupt gar keinen Orten der Todeswache in der, äh, das ist so drin. Ach, das mussten wir in der Stadt irgendwann mal. Oh Gott, meine Stimme. Äh, das mussten wir in der Stadt irgendwann mal machen. Äh, da, äh, sollte man sich irgendeiner Fraktion, äh, zugehörig oder irgendwie finden. Ah, da hast du vielleicht geklickt, dann, dann gehen wir mal in die Stadt zurück. Bei irgendeinem Fuzzi. Wie heißt das? Homestead, oder was? Ja. Sicher, dass das Homestead war? Ja, ja, sicher. Wieso kann ich nicht ins Portal? Äh, wollen wir da vorne dran kommen. Äh, wo ist das? Äh, ja. Musst du schon mal gucken? Ja, musst du schon mal gucken. Ja, musst du schon mal ein bisschen länger her. Ich, ich, ich nix wissen. Man redet mal mit jedem, aber ich glaub, da irgendwo da drin war, war das... Äh, ja, mit dem Koch. Und jetzt da und da mit dem. Captain Summer, glaub ich. Captain Summer jetzt aber, ey. Kannst du mit dem reden? Ja, aber du weißt nix. Und du an dem Tisch? Bist du dir sicher, dass das ein Homestead war? Und bei Ulkrim, schwarzen Legionen, bla bla bla. Bin ich mir eigentlich... Wie heißt die Fraktion nochmal? Äh, warte. Orden der Todeswoche. Orden der Todeswoche. Orden der Todeswoche. Orden der Todeswoche. Orders of Death. Yes. Das ist schmied, das ist noch krassiger. During the Allies Among the Ashes Quest. Doing so enables access to the... Guckt mal, Allies Among the Ashes. Haben wir die Quest noch offen? Verbündete der Asher hab ich. Aktiv. Hast du noch aktiv? Und wir wahrscheinlich nicht. Nee, ich hab nix mit verbündete der Asher. Kann man irgendwo seine ganzen Quests anschauen? Weil die sind bei mir schon unten abgeschnitten. Äh, Questlog Q... Codex... Nee. Codexfenster? Nee. Doch. Ja, die hab ich nicht. Wir müssen die... Du musst die... Wir müssen die Quest mit dir noch machen. Irgendwie hast du die nicht abgegeben. Was ist denn da bei dir der nächste Aktionspunkt? Äh, findet die gefangenen Bauern in Bloodgrove. Alla, dann noch einmal noch Bloodgrove. Wo ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Äh, gehen wir mal... Geh mal mal raus ans Portal hier und gucken. Ja, ich guck jetzt grad schon, wenn der M drückst, kannst du auf die Weltkarte gehen. The Groove is on fire. Ja. Das ist doch auch los. Das müsste Dings bei den Feldern sein, ne? Hm. 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 Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Also, wir. Hä, warum haben wir das schon? Ja, dann lass uns doch da einfach mal weitergehen. Ja. Und lass uns das abschließen und dann kommen wir da hinten wieder rein. Dann gehen wir zu deinem Portal hier nochmal. Jo. Da hab ich alt. Äh, könnt ihr mal zwei Minute warten? Ich will mal kurz mal was zu trinken. Na gut, wenn's sein muss. Das muss nur einer Raffer. Plopp, plopp. Das ist extrem uncool. Ich hab's echt nicht. Normalerweise weißt du mir unsere Quests zusammen abgebe. Ja. Lass mal Richtung Norden gehen. Ich denk da geht's dann weiter. Weil laut Kader müsst Richtung Norden der Ort kommen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Wir henn ja die Quest gar nicht abschließen können, ne? Das heisst, das ist nicht einmal bei dir verpackt, sondern bei uns verpackt. Die sind aber, ich hab nicht immer diese Fraktion bei mir drin. Oh, die konnten angreifen. Startet ihr das Spiel eigentlich im 64-Bit-Modus, oder? Ich kann die nicht auch greifen. Hä? Ich kann die nicht angreifen. Okay. Ich kann die andere auch greifen. Nee. Hä? Ja. Egal, du kriegst so EP. Du kriegst so EP. Ja, du kriegst so EP. Ja, wenn ihr das Spiel startet, macht ihr die X64-Version oder das normale? Ich weiß gar nicht, wie das angeht. Kommt am Anfang Auswahl-Menü. Echt? Und geht's einfach an. Was ist jetzt los? Ich hab irgendwas gekriegt, dass man böse mit dem ist. So. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben eine Quest erledigt. Ja, ja. Der eine war ein bisschen böse auf den anderen und wir durften das dann herlegen. Auswählen, wer getötet wird. Wie im Hersteller. Den guten getötet, weil wir nicht nix gelesen haben. Ich muss mich mal kurz ausprobieren, ob ich jetzt so... Ach so, das sind andere Krieger. Nein, ich kann die doch immer nicht. Okay. Da ist ein Stern. Doch brennts. Bei dem Typ. Ein Sieg in der Schwarze Legion. Okay. Gibt es aber noch mehr, ne? Ja. Kann ich nen Aufnehmer. Kannst nicht aufnehmer. Und du hast ein Stern. Wieso kannst du das nicht aufnehmen? Weil ich es nicht aufnehmen kann. Weil der das ganze Ding hier hat. Hast du noch irgendeine andere Quest? Blut ernte und verloren gar keine Waffen, ein letzter Salud, Holz für die Legion, das Schulz der Bauernwüste, das gute alte List, irgendwas. Ja, mach mal langsam. Blut ernte und Verbündete der Asche. Verbündete der Asche. Verbündete der Asche habe ich. Das haben wir nicht. Und was war da der nächste Questpunkt? Findet die Gefangenenbauern in Bloodgroove. Also müssen wir erstmal die in Bloodgroove finden, die Bauern. Okay. Also weiter geht's. Im Bloodgroove oder aus Bloodgroove? Nicht das, die woanders da sind. Im Bloodgroove. Okay. Äh. Überreste der schwarzen Legion. Wir lassen aber mal diese schwarzen Legionsüberreste liegen. Lass mal die Mimian zusammen machen dann. Mhm. Ah, hier sind glaube ich Gefangene. Warte mal kurz. Wo bist du denn? Was habt ihr Überreste nicht mehr machen? Du kannst ja doch gar nicht mehr. Soll ich mal was suchen? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Hey, hier ist ein Devotion. Was kannst du dir jetzt doch nehmen oder nicht? Ja. Ja. Dann geh mal zurück, dann sammle ich das andere Ding auch noch ein. Ich hab das mal. Ich hab das mal. Jetzt hab ich eins von fünf. Hä? Ja und das vorhin konntest nicht nehmen oder was? Weil das war auch eins von fünf. Oh. Nee. Ich hab jetzt vier von fünf. Ich hab drei von fünf. Was ist denn hier los? Ne, jetzt hab ich wieder drei von fünf. Hä? Jetzt hab ich zwei von fünf. Dann lass nochmal zurückgehen und gucke ob du das andere jetzt einsammeln kannst, wenn du die andere hast. Irgendwas ist bei dir buggy. Oder bei uns. In dem Spiel. Wo waren das nochmal? Ja. Warte. Der Raven King müsst's wissen. Du müsst ja einen Stand bei ihm sein. Hm. Ihn siegt in der schwarzen Migration. Nimm dann halt. Hm. Naja. Okay, gut. Merkmal und small. Ich glaub nicht, dass es bei uns irgendwelche riesen Unterschiede gäbe kann. Weil was ihr abgeben habt, hab ich ach. Ah jo. Deswegen sage ich schon, irgendwas muss buggy sein. Warte mal hier hinten. Da sind. Bauern. Ja, NPC ist mit jemanden. Sie. Ja. Das, was passiert ist jetzt. Ja, die müssen, wir sind nach Homestead zurück. Ja, du bist. 3 von 5, 4 Sekunden. Jetzt lassen wir noch den Devotion Punkt aufholen. Oh, der Uni ist ja auch nochmal ein Weg. Ach, gucken wir erstmal unten. Also die kann ich nicht platt machen. Ich auch nicht. Ja, die sind grün. Bei uns auch. So. Jetzt haben wir nur das eine Stück aufgedeckt. Okay. Was seid ihr? Wir sind nach oben. Ach. Der war bei mir gerade kranker. Hier auch nicht. Oh, der kann mal rein. Upsi. Seid ihr jetzt beide drin? Ja. Kommt ihr wieder zurück? Nein. 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 Ich komm zurück. Kommt ihr wieder zurück? Jan, was ist los? Ich habe einen Zurückpunktweg. Ich mache Portal auf und gehe durch mein Portal wieder rein, was ich aufgemacht habe gerade. Ja, wenn ich das überlebe. Ja, jetzt bist du drin. Aber jetzt kommt man auch wirklich nicht mehr zurück. Warte mal, wir machen ein Portal auf, Jan. Ich fahre gleich. Warte, ich komm. Ich komm, ich komm. Wir sind ein bisschen stark hier drin. So. Wo seid ihr denn hier? So, was jetzt machen? Wo seid ihr denn hier? Ja, aber scheiße, wir können hier kein Portal machen. In dieses rote Ding reingegangen. Ja, ja, ich auch. Aber wo seid ihr? Wo seid ihr? Du bist nicht da. Da ist doch Oberotter. Ne, das ist aber nicht auf unserer Karte. Geh nochmal rein und raus. Geht nicht. Da ist ja nichts. Oh. Wart mal da dann. Interschieden. Alter, 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 da zieht mir irgendwas. Eben. Ich habe keine Ahnung, war hier. Warte mal, wir müssen nach oben. Da kommt er. Jungs! Juhu! Wie nennst du hier Jungs? Wie nennst du hier Jungs? so man das einfach alles machen hier was soll man sonst machen die ganzen entkehren müssen bestimmt irgendwann portal finden als spieler ist mal rausgucken wir machen und erst mal wo du steckt man nicht drin da ist es ja ich bin schon was macht aber das ist scheiße groß ist gleich haben wir auch noch die quest für sich hier drin nicht es könnte sogar gut sein aber weil sie hier schon das ist wieder wie bisher entdommen die bäume geil die aussehen ja doch das sind auch wirklich gucken guck doch mal hier guck dir das mal an das ist ein wirbelsäule kann man gerne erzählen dass das camp wirbelsäule ist gerne 100 gramm hackfleisch k wo in den monst kürt akk in bio hero monster hau Oh, wow. I can make you so much pain, oh yeah. I came in like a wrecking boy. Oh, die alt. Äh. Da bist du alt. Eigentlich ist die genau das, wie wir helfen. Alles auf immer. Du schlubberflut. Du schlubberflut. Du schlubberflut. Ja, fette. Fette blutschlubber, alt. Ich geht, ich geht. Du aim 1-1 hat. Oh, oh. Ja. Blutschlappernde fette, alt. Punkt, alles, Punkt. 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 I came in like a Pokeball. Also du glaubst 800%ig, dass das wirklich nur Fake war. Mit dem Sonic. Ich finde die immer mähnt, dieses alles auf echt machen. Im Film, die haben einfach keine Einfälle mehr, ey. Der hat gemähnt, dass die jetzt realistischer aussehen. Oder man muss es so machen, dass es nicht unglaubwürdig wird. Oh, 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 oh. Aber wenn's zum Beispiel realistisch wär, hätt er ja auch kein Whore. Der hat ja bloß Whore gehabt, kein Stachle. Es ist halt fucking Sonic, man. Was? Ein Schatz von die Truhe ist mit schnelleren Ketten verschlossen. Kommt mal her. Moment. Ich habe gefunden dicke, dicke Truhe. Dicke Box, dicke Box. Dicke Box. Mit Kindern bin ich schnürt. Mach ich jetzt auf und explodiert. Und du bist so scheiße dran. Ja, so scheiße. Ah. Was ist das? Ja, da noch. Noch ein kleiner Fizzle. Das ist die Hälfte aus dem Spiel. Ich muss... Fuck. Und tot. Der ist tot. Ich auch. Nein. Nein. Und du kannst kein Portal machen. Du kannst mal rausgehen und ein Portal machen. Ich habe doch draußen schon ein Portal gemacht. F. Mensch, das ist ja krass. Ich habe schon ein Portal gemacht. Da ist eins. Ach so. Das ist gut. Ah, warte mal. Ne, warte, 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 warte. Nicht durchgehen. Raven King. Wir haben doch jetzt ein Quächtchen. Oder? Von Homestead. Ah ja, da unten. Wir haben doch die Gefangenen befreit. Hier. Blutende. Lass... Lass... Lass ihr mich jetzt hier zurück, oder? Ja, bringt dich um. Ich renne zum Portal zurück. Wo krieg ich die Scheiß-Raktion? Ja, wo geht in der Quest weiter jetzt? Töte Carons, das Siegel für Tons. Wo? Entschuldigung. Raus. I'm lost. Geh doch durch den rote Strahl, Mann. Wie der Regenschirm. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. I am back. Ich rauch's nicht. Aber das Portal ist jetzt zu. Wo seid ihr? Ich komm jetzt durch mein Portal. Fertifurz. Da ist es. Okay. Na da hin. So, und bei dem Portal könnte man jetzt theoretisch wieder in das rote Loch rein. Ja. Dann gehen wir. Gehen wir doch nochmal. Ja. Das Loch ist schon ganz rot wegen eigentlich. Ah, guck mal, da können wir gleich noch links gehen. Da haben wir nämlich noch nichts gecleared. Ah, ne, wir gehen doch hier, wo wir gestorben sind. Das wäre vielleicht schlauer, ne? Für die XP und so. Wo seid denn ihr? Da spawnt jeder wo anders da. Ja. Ohne Scheiß. Das ist Mike Grab. Und hier ist es Grab von dir. Ich bleib hier stehen. Nicht das Grab anfassen, Paul. Ah, 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 ah. Du hast ja eine Sense mittlerweile. Ja, die habe ich eben ausgerüstet. Oh. Jetzt habe ich eine Sense. I came in like a Pokeball. Pokeball. Oh, ich muss mich voll zuerst nicht 100.000 Kilometer hoch kommen. Gleich habe ich es so. Hat jemand so einen großen grünen Smaragdding die Wumsi dabei? Wie heißt denn das? Äh, Smaragd, polierter Smaragd. Wie auch immer. Äh. So einen großen, so einen fertigen schon. Ja. Ja. Ja, aber wie, ich habe 10 Stück. Aber wie kann ich einen einer rausnehmen? Ich gebe dir einfach den Rest wieder. Ach so. Okay. Ich vertraue dir. Nein. Nein. Nein, Paul, nein. Ich hole dir ja nie wieder was. Nein, ich komme ja schon wieder. ich kann nicht leveln wo sind deine also ich habe jetzt ich war ein bisschen freisten habe zwei gebraucht entsetzlich okay ja dann lass mal weiter klären gehen wir noch links kommt man mit noch links weil links ist noch nicht fertig aber wenn du was brauchst mensch wenn ich jetzt noch bei der fraktion bin oder so habe ich auch gar keine ahnung ob ich jetzt überhaupt noch die punkte noch holen muss musst du nicht du musst die fraktion die muss nur durch stehe das kriegt man schon hier wenn wir jetzt der quest machen irgendwas wo damit betroffen ist dann hast du das automatisch wahrscheinlich aber ich habe damals mit kriegt dass man die fraktion wählen kann doch das war bei einer request war das dann müssen wir doch alle die gleich gewählt habe ich glaube dass man sich das ist ich glaube da kommt man sich entscheiden wegen irgendwas war ja ja das wäre jetzt witz los wenn man zufrieden guck mal da läd ich mich auch eierisch hier mit der couch und dem sessel guck geil im kühlschrank kann ich den rückenmark zugucken ja das ist ja mittlerweile das ist der rücker euro ich bin auch irgendeinem heldenmonster weggekriegt ja jaja die shot ends gekillt müsste ja auch noch irgendwo rumstehen glaube ich aber in einem aufgedeckten gebiet ja ist mein vogel fütele mh lecker fütele es ist doch das lied vom kleiner arschloch wo das indische lied singt vor den nazis türkisch und wenn du auf den text hörst du mh lecker fütele mh lecker fütele mh lecker und hat dann probt was keine zugaben an sich dass es die nazis sind hier hat sich so ab sie warte mal wir hatten ja euren loot filter meiner ist geht erst ab selten los und ich habe bis jetzt noch den akkosel überträgt meiner geht erst ab ach das war dieser komische loot bei grün, ab grün geht es bei mir los ab grün warte mal gelb grün, ja grün ja ich war jetzt warte mal jetzt warte doch mal das fies ziemlich assi und jeder rennt irgendwo hier ich habe nur noch was gemacht es fällt dir ein es fällt dir ein schuldige ein Lied der W das muss ja hier irgendwo sein der Mäste und links oben links näher war doch dort ist und so ein bisschen links mittig sein irgendwo aber wenn dann ist es na hier ist es ups das war ja jetzt halt schon effer das war ja jetzt wo ist das luch äh das war weiter rechts 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 ja hier ne hier ist es ok wenn es einer hat bitte stehen bleiben nicht rein ja 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 das ist mir schon klar gut 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 ich habe es doch verzweifelt frauen und idioten zuerst ok wieso spawnen wir jetzt wieder so weit auseinander was sollen die scheiße man spawnt auch wieder auseinander warte ich kum dann können wir das devotions ding machen jetzt wieder los ich habe hier unseren sternrechts gerade die laufe war der mutter ob es auch noch irgendwas sie gehen der schwarzen hier ich habe jetzt schon alle ich habe das böse äh ich habe ich auch nein so jetzt los muss man kurz hoch gehen zu dem devotions punkt zu dem schreien do level mal weil jetzt kann ich level und dann starte mal das ding lud und level ist voll mein ding gut okay aber war na denn haben wir den punkt jetzt schon wir müssen es erst noch starten ich war es noch bis ihr gelevelt habt hä? er ist schon wieder hergestellt hä? ich weiß nicht hm? warte mal kurz ich habe auch einen devotionspunkt naja der ist schon fertig hm 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 ich weiß nicht was habe ich denn jetzt gemacht äh hm warte bin ich habe fertig ok und senras was treibst du so hm 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 So, wo gehen wir hier? Sollen wir mal in die Stadt zurück? Wenn wir jetzt grad hier an unserem Portal sind. Ja. Grund dafür wären jetzt so Quest fertig gemacht, ne? Also noch... Soros Bastion, ne? Nicht Homostad? Homostad dann. Ist eigentlich ja... Komm nicht in mein Portal rein. Höhöhöhöh. Hehehe. Wo kann man eine Scheiß-Fraktion auswählen? Vielleicht... Ja, das Problem ist, dass der Paul und ich das halt schon früher hin... Habt ihr trackt down the Tarkara? Äh... Bei mir habe ich keinen Stern hier. Ja, ist auch nicht. Da ist keiner... Ich hab gedacht, da wäre einer, aber... Ich hab schon ein Quest abgegeben eben. Ach ja, bei ihm. Weitermachen sagt er. Ach, oben. Der ist oben. Könnte ich eben abgeben. So, ich... Jetzt. Und jetzt. Und jetzt habe ich 26. Äh... Kriegst die Bums über dem Ordner. Todeswache. Wo waren das? Ja. Ordner der Todeswache habe ich jetzt auch... Hast du was, Raven King? Ich hab kein Ordner der Todeswache. Ja, jetzt. Ahmet, hast du grad geguckt? Hast du was anderes als dir? Ich hab nicht... Istonia. Also böse. Crowley's Gang ist 8 böse. Davids Crossing habe ich respektiert. Schwarze Legion. Ja, hab ich auch. Hab ich toleriert. Homestead freundlich. Hast du auch. Rover respektiert. Untode. Halt, halt. Achso. Dann hast du Kimons auserwählter auch nicht, ne? Kimons auserwählter habe ich auch. Nee, hab ich nicht. Und Rover haben wir nicht. Und was noch? Ah ne, Rover habe ich auch. Kommt unten drunter. Hä? Mach nochmal weiter. Ein Tot und Ätherisches war's. Okay. Also, Kimons auserwählter und Rover hast du? Nee, ich hab nicht Kimons auserwählter und ich hab nicht diese komische anderen Papua hier. Hm. Aber das ist komisch. In deinem Wiki stand, das kriegst du doch erst durch die Quest, wo er noch hat. Die End, die wir nicht haben. So. Also müssen wir sein Quest weiter mal. Und wo kannst du die abgeben? Also, was muss man jetzt machen? Töte. Karos hat er gesagt, ne? Nee. Nee, Karos ist das, was ich hab. Karos, das Siegel, bla bla bla. Und wo? Kann ich doch weggucken? Nee. Das ist halt noch fertig clear da. Hier ist doch alles geklärt. Dann gehts auch noch hoch. Dann gehts auch noch hoch. Wenn es so ist, dann kriegst du die ausgerufen. Hier ist das ein guter Typ. Also wenns so ist, dann kann es auch nicht wieder kurz auf das. kann es nur ein fehler soll weil ich könnte mich nicht erinnern dass wir jemals irgendwas mit zusammen gemacht hätten aber man konnte was auswählen und ihr wisst aber nimmer wo das war es war ein homestead gewesen ich bin mir nicht sicher dann sollte ich doch vielleicht noch mal im homestead alle durchblicken aber wenn da nichts ist das war glaube ich irgendwie fest nicht nur sonst irgendwas da können wir können wir gleich noch mal gucken wir machen wir machen das hängt als ziemlich stark bei mir bei euch auch genau die kann ich nicht lassen vielleicht hast du dich für die entschieden und wir für jemand anderen dein ruf bei kümons auserwählen bist du kein eintritt er hat ein ruf bei kümons auserwählen erlaubt ihr kein eintritt würde das geht bei mir bei mir ja kann auch nicht aber wo man das viel killen muss steht nicht dabei wurde es aus ja wer geht das hoch ich wollte dann links aber egal wir können auch da hier ist tisch ach das ist doch okay wo ist denn das manticore manticore m 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 da die das und der das nicht 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 aber gar nicht die Idee ist gar nicht doch nichts läuft der Stream noch gut durch, Senras? wenn ich es hier auf 6000 stehen habe und also mein spiel hier hängt als für eine sekunde das liegt aber am spiel sieht die qualität gut aus oder also irgendwie ein merkbarer unterschied bei sonic ist mir halt aufgefallen das war alles sauber bin da servus check das war bei sonic ist mir das dann aufgefallen wenn ich mich da schnell bewegt dann die komplette kamera von mir auch das ist das nervt ich weiß nicht ob da ob da 1000 kb mehr ob das wirklich ein unterschied macht ich bezweifel es ehrlich gesagt ist halt einfach so ist da unten noch was nee da sind wir waren wir doch schon oder ja unbedingt wieso 27 p es ist dann besser für die für die webcam oder was nach stimmte kann ich auch greifen reg dich nicht auf sterben tut er doch eh dann gibt er dir trotzdem mt 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 s mt 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 die so kriegt jetzt neidern was auch immer spukieren ich habe gerade hier ein portal erstellt dass man der weg nämlich zurücklaufen müssen ach jetzt gehen wir doch mal okay hat jan wollte klieren jetzt sagt er an ergeben mann rennt durch ich habe gesagt ich mache ja portal auf dass man später der weg nämlich gelaufen müssen da liegt jemand der ruht sich nur auf Mensch geschaffen was ist da los ich habe ja portal direkt davor aufgemacht und kommt schon da drin dann direkt ein Ding holen 2 gut die Idee die 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 bei ich komme auch Braucht jemand den Gürtel Flupp einfach mal eingesammelt Jan du hast ein Gürtel von mir eingesammelt, brauchst du den? Zeig, du hast ihn doch schneig gesammelt Ja, ich guck Schild... Oh Da ist was, was mehr Schaden macht Halt doch Guck mal, ich schmeiß grad Waffe raus, die ich hab, die ich niemals benutzen werd Nee, ich hab einen besseren an, deswegen frag ich ja, wer brauchen Das guck ich mal nach Was ist denn die Berühmung des Apothekers? Handschuhe. Seid ihr live? Ja, Jack. Und du? Bist du live? Braucht ihr nur noch irgendwas, wenn du jetzt sagst, sei. Du kannst alles wieder reinschmeilen. Gut, er wird später verkauft. Oh, hier ist eigentlich nichts. Ja, da ist nichts drin. Gehen wir raus. Was ist das jetzt hier? Das war ja enttäuschend. Enttäuschend, enttäuschend. Was liegt denn da alles noch rum? War live. Live, live, Jack. Geht das gut, Jack? Alles gut. 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 So, jetzt haben wir hier mal alles gecleared, ja? Haben wir es, ja? Denks. Oben links geht es halt weiter, ne? Da können wir da mal lang. Ja. Ich freue mich mit euch. Ja. 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 Ich glaube, wir bleiben daheim. Ja. Ja. Da stehe ich nicht. Da guckt man da raus, dann können wir nochmal zurück und das nicht machen. Aha. Du kommst aber auch von hier rechts, äh, hier over lang, ne? Geht auch. Wenn ich das auf der Card richtig deut. Na dann gehen wir mal gucken. Okay. Und hier rechts rum gehe ich dann wieder rechts. Oh, ist das? Böse, böse Mensch. Böse, böse Mensch. Bin ich denn jetzt gerade so schnell? Da. Die sind ja geil. Oh, da geht es aber nicht weiter. Ich habe gedacht, das führt dann ohne Wiederei. Sollen wir wieder zurück gehen? Na doch, kann es gehen. Aber dann machen wir uns schade. Ah, okay. Das kann man auch nicht irgendwie kaputt machen oder sowas, ne? Ne. Ne. Nur mit Putzmitteln. Abrax. Antrax? Ne, Abrax. Die Abrax-Prämie? Ja, genau. Nicht Antrax. Wie lange wollen wir noch machen? Langsam war ich ein bisschen Miet. Wie es machst du schon? Nur noch den Turm. Nur noch der Turm? Ja, genau. Ne. 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 das macht auch viele viele mächtige badaboom jetzt mir lang seid ihr im haus da in dem haus kann man überleben aber aber weiter das ist halt schon bläht da ist noch ein haus jetzt warte hat er hat er hat er hat er hat er hat er halt alter alter nicht so schnell prim dorn in einem bissen kein problem doch hoch die treppe mache ich eine frühstückspause was für trepp wo ich bin trepp hoch trepp die treppe in der falle hat was wo sind wir jetzt schon wieder im turm also warum war älter ansammlung ei 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 warte mal da ist was oh geht weh Ali nix schuld aber da waren wir schon wieso ist es dann schnell wir waren ohne drunter absolut wo es muss man gucken ob man irgendwann neu kommen da müssen wir ja nicht lang so runter geht es noch ohne liegt dynamit das schnapp ich mir ich habe eins dabei ja trotzdem wartet man auf mich bitte okay so perfekt je mehr dynamit wir haben um so besser später geile kicht du als hätte halki hingeschissen ich glaube die batterie von deinem feuermelder geht lef meinst du ich habe eben so quietsche gehört äh jungs ja bitte da ist was sehr großes oh ei 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 das geht auch aus auch mega aus boah ja 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 gerne mitkommen das war's alles meins alles meins ja ja alles meins das war's das war's das war's das war's dünner mit kiste das war's das war's das war's das war's unser weg zurück wir müssen ja nur das stück raus und dann noch links stimmt okay okay wo gings und doch aus jetzt oh 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 portal auf dem pot portal total total das portal alter ist das portal teleportier sticht der wasch verriegt das gleiche ist wenn du dich bei kann man doch eigentlich auch noch links hier ja da links hier saturn king guckt doch was geht und gucke da waren wir doch schon das haben wir da von der anderen seite gesehen wo man gesagt haben das ist doch hier sind wir doch jetzt noch ungeklärt wir sind im ungeklärt gebiet sie sind wieder zurückgegangen na joo wir machen doch weiter jack holt den kurre raus oh da ist ein stern ich würde behauptet das scheiß fies dort das war aber nicht richtig was ich brauche sowas ja alles freunde von mir tja du hast ja die falschen freunde rausgesucht was ein quatsch ey das kann doch nur ein fehler sein joo ist ja egal sobald wir die quests haben gehst du ja den offiziellen weg und kannst die annehmen ich hab keine ahnung ja reg dich nicht so auf ich kriege übrigens kxp wenn ihr die zielen was wahrscheinlich verbündete sind ach wir gehen jetzt erstmal hier das ganze land trainen wahrscheinlich kannst du unsere auftragsgeber schnetzeln und wir deine das hätte irgendwie was cooles das hätte irgendwie was cooles ist ein kicht da geht's lang super ja das bringt auch voll das haben wir mit der Kugel dass ich mir die Aktion auswählen kann ja warte wir machen ein Portal wo rennt ihr jetzt rum in der kiste ich kann nur zu küssen also warten um auf mich ja ja ne nein ne 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 super ne buch ta mal rein buch ne 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 hush vorne dran und gehen wir in die stadt und gucken ob der raven den npc findet ja ich glaube da konnte man sich da konnte man sich da da waren zwei fuzzis unten gestanden da konnte man sich aussuchen wem er wählt ja wenn das nicht wenn das nicht in homestead ist was hätten das dann sonst noch sagen können twin falls oder was die sind wieder weg gewesen die standen irgendwo herum musste man die alten folgen angucken wie heißt die fraktionen warte orden der todeswachen orders of death vigil derzeit steht dass das erst noch der während der quest kommt die wir hier machen during the quest among the ashes jo du musst entweder kaimon auswählen oder order of death der switch habe ich ja auch gerade gelesen kann man das irgendwie rückgängig machen muss man beim h ruf machen da steht aber nicht wo der ist h ruf grimmdorn ich suche mal wo der npc ist das gehört zur hauptquest dazu dass man sich da was aussucht aber wo ist der in homestead der gibt einem eine side quest also der musik die die sagen alle dass man sich entweder für das oder das entscheiden kann ja und das muss in homestead sein pro schwierigkeitsgrad jedes mal neu auswählen muss ok warte mal ich guck mal ob ich den haupt findet der da irgendwo ist haupt ist und feier captain captain ich glaube diese die anführer wo man sich entscheiden kann die sind wieder weg die stehen nicht mehr hier aber wo ist der haupt finn wie meinst du der haupt der haupt der heißt so haupt ach so da ist wirklich so haupt mit v hinten die fiktisch v was finden net wir sind jetzt ein homo stadt oder ja wir sind jetzt ein homo stadt was man kurz zum händler will schon nett die fraktion findet ja eigentlich schon aber so ist doch mit was 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Und wenn's einfach ganz böse wäre würde ich sagen, tu dir den Ruf einfach hinzufügen mit irgendeinem Bingstibumstil oder versuch's irgendwie umzuschreiben. Also ganz böse gesagt, versuch dir den Ruf von der Fraktion zu cheat'n. Aber wie! Wolltfals das geht. Keine Ahnung, mit irgendeinem Trainer oder sowas geht das doch. Aber die ballern das gleich alles hoch wahrscheinlich. Das ist auch kacke. Das ist doof. Müsste man mal gucken. Aber wenn man sich entscheidet und ihr habt aber ansonsten alles das, was ich habe, dann kann ja was abstimmen. Ja. Guck mal hier. Hier gibt es was, wo der Change Reputation of Selected Faction machen kann. Ja, aber er braucht ja die Fraktion erstmal. Das ist ja das. Ja. Ha. Ist das gleich bei Sowers Bastion? Das könnte sein. Ich geh jetzt einfach mal hier. Guck. Da stehen noch acht Leute rum, oder? Ja, warte mal, wir kommen mit. Ah ne, da steht niemand rum. Bist du schon dort? Ja, da steht gar niemand. Das ist gar kein Ort. Da guck mal hier in Homestead hinter dem Fuzzi, hinter diesem Käpt'n ist auch diese Todesflacke. Oder Dingsbums von der Hände. Soll ich noch mal nach Homestead? Warte mal, ich guck noch mal kurz was nach. Also bei mir hängt da die Todesflacke, oder wie heißen die Todeswachenflacke. Schmuggler Pass. Und Akrovia. Akrovia. Oder in Akrovia? Ne, das war... Warte, was suchst du jetzt? Wo das noch säukend? Ich glaub, das kann man nicht mehr changen. Ich guck grad. Ja, aber das blöde ist, ich hab de facto weniger Fraktionen überhaupt. in der Liste als ihr. Und ihr habt meine Fraktionen. Also muss mir zumindest mal irgendwas fehlen. Diese Orden der Todeswache haben wir halt als freundlich. Und du gar nicht. Und dieses Kimon ist auserwählt. Da hast du, glaub ich, auch freundlich. Ja, du hast Kimon ausgewählt. So wie's aussieht. Weil du musst in dieser Quest zwischen Order of Death wählen oder Kimon wählen. Ja, Kimon steht bei mir in nix. Aber es steht bei dir gelistet. Nein. Ich hab hier nix mit Kimon. Ich hab Ktonia. Feindlich. Chornis Gang. Verachtet. Devils Crossing. Respektiert. Die Schwarze Legion. Homestead. Rover. Untodon. ETF. Warte mal. Ich hab nix mit Kimon. Kimon und Pumbaa. Die Kimmer of Death. Die Kimmer of Death. Das muss hier irgendwo anders statt sein. Das wird in Homestead angeboten. Was du mal ausprobieren könntest. Mich wundert's halt, dass du die eine Fraktion überhaupt drin hast. Ne? Was du mal ausprobieren könntest, ist das Spiel zu starten ohne Multiplayer. Ob das, ob hier in Homestead was erscheint. Ob die dann kommen und du die Quest dann auswählen kannst. So, ich mach kurz. Da hab ich all das Spiel verlassen. Da hab ich all das Spiel verlassen. So, da hab ich. Die Alte. Ich weiß halt nur, da steht nur, dass die in Homestead kommen. Ich weiß nicht, wo die stehen. Das sind zwei Stück und du musst dich bei einem von denen entscheiden. Ja, da stehen sie jetzt. Und wenn wir mich nennen. Nimm den Haruf. Haruf. Orden der Todeswache. Ja, das ist Haruf. Les es dir durch. Die Schwarze Legion wird mit euch arbeiten. Das nenne ich. Ja. Und dann speicherst, gehst raus und kommst wieder zu uns neu. Mensch bist du im Fluchs. Da wird es irgendwie geleckt. Weil das ist nicht im... Ja, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Dann kriegst du ja gleich. Und es gibt doch eh keine Vorteile. So, jetzt guck mal in den Ruf. Bei Orden der Todeswache hab ich 350. Ich... 351. Ja, das ist wegen der einen Quest. Jo, aber das macht ja nichts. Du tauchst ja wieder auf. Und in die End-Quest, wo wir nicht reinkommen sind. In die End-Höhle hast du ja mit 0 reinkommen. Wir haben ja 8-0 gehabt. Das Problem war ja nur, dass du gar nicht reinkommst. Überhaupt nicht. Jetzt kann man hier. Wir sind durch den Bloodgrove, ne? Ich weiß nicht, wo das war. Durch den Bloodgrove, oder? Was war? Diese Höhen? Ja. Ja. Ja, die waren Bloodgrove, ich weiß wo. Also noch Bloodgrove, teleportieren oder was? Ja, ich werde das Stück jetzt gelaufen, aber wir können uns teleporten. Nach Bloodgrove. Aber ich glaube, Zoro's Bastion wäre es. Okay, dann nehmen wir Zoro's Bastion. Ja. Da ist es. Ich warte auf euch. Vorm Eingang. Ja. Ich mach schon mal eine Scholle klar. Voll geht mich. Hier unten, wenn sie nach rechts sehen, können sie links nichts sehen. So. Jetzt sind wir alle drüben. Jetzt hämmers. Jetzt sind wir alle drüben. Jetzt sind wir alle drüben. Auch die Questabgäber hier. Die. Ich werde Überreste wieder beschaffen. Wir müssen irgendwelche Überreste wiederholen. Überreste. Oh, das ist jetzt hier. Alter. Der Verkaufzeug. Übel. Alles blau. Oh. Das war ein Spaß. Richtig. Oh. Oh. Mensch, bist du Mist. Rufes Lauf doch jetzt. Oh. 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 俗we 안녕하세요. Ei-mza, nach dem Scheidel. Erfolg frei geschalten? Leg mich am Arsch. Leck meine Eier. Hehe. Leg meine Eier! Du kennst das? Ja, da hat man's doch von Achso, stimmt, ja. Ja ja, hast du das, hast du das Video mal angeguckt? Ja ja, ja. Ich kenn das noch... Ugly Americans. So geil. Eisenthal vom Orden der Todeswache verschlossen. Man kann ja gar nicht weiter. Leck meine Eier. Geh mal da raus. Ich komm nicht mehr aus dieser Konversation. Hilfe. Jetzt komm mal raus. Na doch mal, was ist denn hier unten noch? Ist da noch was? Nein, ich hab alles abgesucht. Trauriges Weinfecht. Mensch. Aber so langsam wäre ich Mietkamp. Merkt man. Eigentlich habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, das merkt man auch. Dann lass wieder fertig machen. Ja. Teleportieren wir noch Homostead. Ach, Homostead. So. Und dann ist hier Tuki. Also wieder so in einem Monat. Nee, nächstes Mal. Nächste Mal. Nächste Mal. Also nächste Mal. So. Dann. Sehr gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mit der Nacht. Schlafen Sie gut. Ja, treiben Sie es gut. Treiben Sie von Seiten, bocher. Seiten, bocher. Lecker, 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 lecker. Alla hub. Peace done, gell? Ja. Peace done. Und tschüss. Peace, länger. Und tschüss. Vielen Dank.